Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge vom Spiel Sherlock Holmes The Devil's Daughter. Durch diese Tür da hinten sind wir in der letzten Folge gerade so durchgekommen. Und jetzt haben wir hier rechts und links, was ich denke mal wir müssen nach links. Ähm, aber ich schaue trotzdem mal, was hier rechts ist. Okay, es ist auf jeden Fall eine Sackgasse. Was ist denn das dahinter? Ach, das sind irgendwelche Maya-Statuen oder sowas. Okay. Puh. Das steckt mir noch ein bisschen in den Knochen vom letzten Mal. Oh, Moment. Äh. Ach, ich kann hier klettern. Okay. Oha. Okay. Hier ist wahrscheinlich noch eine Sackgasse, nehme ich mal an. Ja. Da ist noch eine Sackgasse. Also bisher mussten wir uns eigentlich immer nur geradeaus bzw. links halten, deswegen... Oh, fuck. Oh, fuck. Nein. Ja, lauf. Was machst du denn? Komm mal da rein. Oh. Nein, nein. Nicht die Dickung vor das. Oh. Kommt da noch einer? Ist das noch so laut? Okay, also. Wer hat noch links reinge... Oh, oh. Kommt der zurück, oder was? Oh, fuck. Oh, fuck. Boah, das ist nicht euer Ernst, Leute, oder? Ich kann aber nirgendwo rein. Oh, fuck. Da ist rechts, was? Rechts, 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 rechts. Geh da rein. Oh. Okay. Dahin, glaube ich, habe ich auch was gesehen. Oh. So, gehen wir mal lieber auf Nummer sicher. Das ist für mich nichts mehr. Wow. Oh, ich wollte gerade sagen, der kommt mir jetzt aber nicht hier hinterher, oder? Oh. Okay. Indiana Jones lässt grüßen, oder? Wie war das? Okay, wir müssen wahrscheinlich rechts rum... Obwohl, wir können hier links hoch, so wie es aussieht. Dann gucken wir hier nochmal eben, was da ist. Okay. Ja, komm, klettern. Müssen wir irgendwie komplett bis zur Spitze, oder so? Eieiei. Okay. Oh, oh. Ah! Oh. Oh, oh. Wenn ich auf die falsche Platte trete, nehme ich mal an, dass die runterkommt. Ich kann es von hier aus jetzt leider auch nicht sehen, wo das ist, aber ich muss anscheinend ein Stück weiter nach rechts. Oh Gott. Eins, zwei, drei... Uhuhuhu! Okay, drei und dann nach links. Eins, zwei, drei... Links... Eins... Oh, okay. Scheiße! Eins, zwei, drei... Links... Links... Oh, scheiße! Und die Wand kommt? Oh! Oh, fuck! Okay. Eins, zwei, drei... Eins, zwei... Links... Und nicht die nächste nach rechts. Okay, oh, das schaffe ich doch nie. Das kann ich mir noch nicht merken. Moment. Moment. Oh Gott. Drei... Ich muss mir das mal aufschreiben. Drei... Links... Das kann ich mir sowieso nicht aufschreiben. Äh, eins, zwei, drei... Eins, zwei... Eins, zwei, drei... Eins, zwei... Scheiße! Eins, zwei, drei... Eins, zwei ist irgendwie immer gewesen. Eins, zwei, drei... Eins, zwei... Eins, zwei, drei... Eins, zwei... Eins, zwei, drei... Eins... Nein! Scheiße! Oh! Eins, zwei, drei... Eins, zwei... Eins, zwei, drei... Nein, nicht da rein. Eins, zwei, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Hä? Ach, die kommen dann wieder. Hä? Was ist denn das für eine Scheiße? Och, Mann. Eins, zwei, drei. Eins, zwei, eins, zwei, drei. Eins, zwei. Nein. Och, Mann, zeig mir doch an, wo die runtergehen. Das war jetzt, das war jetzt gemein. Oh. Na. Och, ihr seid doch scheiße, dass ihr solche Rätsel macht, ehrlich. Nein. Boah. Kann ich das überspringen? Also, äh. Das ist doch scheiße. Ich versuche es jetzt noch ein paar Mal, aber es bringt natürlich nichts, wenn ich jetzt hier stundenlang immer das Gleiche mache, nochmal abkacke. Das ist doch scheiße. Nein. Das ist doch scheiße. Ernst. Jetzt war ich so stolz. Nicht da rein. Oh. Was soll ich denn da rum? Hä? Also ich verstehe schon die Sache mit den Wänden unten. Aber wie soll ich denn da rum? Da kam ich doch gar nicht mehr rum. Nein, nein, nein. Brrr. Nein. Da muss ich... Also, ganz ehrlich, ich werde es jetzt noch einmal probieren. Und ansonsten werde ich das überspringen, weil das macht mich sowas von kirre. Und das ist so mega laut, gerade auch auf meinen Ohren. Diese ganzen Sachen auf Zeit, die finde ich ja sowas von mega ätzend, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich werde es aber auf jeden Fall noch einmal probieren und werde wahrscheinlich verzweifeln, ganz ehrlich. Nein. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 Nein, das wäre auch zu einfach gewesen. Oh Mann. Hätte ich da nach links rumgemusst? Ich probiere es jetzt auch ein letztes Mal. Ich will wissen, ob man da nach links rum muss. Ich will wissen, ob man da nach links rumgemusst. Ich will wissen, ob man da nach links rumgemusst. Nicht da rein kommen. Ah, ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft. Oh, ich war echt so kurz vorm Aufgeben, ganz ehrlich. Normalerweise würde ich da 20.000 mal durchlaufen, aber diese Geräusche, die haben mich so kirre gemacht gerade. Oh. Oh. Okay. Kann man da durch? Nee, kann man nicht durch. Was ist denn das? Glühwürmchen, wie schön. Ei, ei, ei. Ich mein, das System hab ich schon verstanden. Man darf auch nicht zu schnell sein. Man muss gucken, wann die runtergehen. Aber das, oh, dieses Geräusch. Dann noch dieses, die Wand drückt immer näher. Das hat mich so kirre gemacht. Oh, shit. Das sieht mir irgendwie ganz böse aus. Okay, die Platten. Links. Oh, scheiße. Okay. Also, das scheint auf Zeit zu gehen. Ähm. Also, ich hab mir mal aufgeschrieben. Links hoch. Links hoch. Links. Scheiß auf das Ausschreiben. Wir probieren einfach. Links hoch. Links. Rechts. Hier links können wir nicht rum. Links hoch. Links. Links. Da ist der Ausgang. Ah. Okay. Oh Gott. Jetzt weiß ich schon gar nicht mehr, wie ich gelaufen bin. Ähm. Man muss anscheinend, äh, zurück. Okay. Oder? Auch nicht. Scheiße. Ähm. Also, von der Seite ist es... Aber dann haben wir doch jetzt alles schon ausgetestet. Wie denn nicht? Da können wir gar nicht rum. Hier können wir doch auch nicht rum. Ich hasse es hier nicht. Da rennen wir auch. Aber dann habe ich doch... Hä? Oder kann ich links gar nicht rumgehen? Aber rechts anscheinend auch nicht. Oh, ist das eine Scheiße. Was ist denn... Da erwischt mich das Gleiche. Okay. Okay. Ja, aber das heißt, rechts habe ich gar keine Möglichkeit, dort zu kommen, oder? Oh. Jetzt mal ganz ehrlich, wie soll ich denn dann da durch? Wenn ich links nirgendwo rum kann und rechts nirgendwo rum kann, wie soll ich denn dann insgesamt da durch? Leute. Könnt ihr mir das mal erklären? Das geht doch gar nicht. Oder kann ich hier irgendwie dann nach links? Nein, da kann ich gar nicht rumgehen. Hä? Hä? Da geht's nicht wieder. Da geht's kaputt. Ach. Hä? Nein! Scheiße. Okay. Aber jetzt verstehe ich irgendwie gar nichts mehr. Da bin ich doch eben rumgelaufen und kam nicht durch. Oder wir müssen warten, bis das unten ist. Also entweder muss ich wirklich warten, bis die Teile unten sind, oder ich muss eventuell durch die Mitte durch. Da müssen wir mal... Das war jetzt gerade nicht die Mitte, oder? Ich weiß es gerade ehrlich gesagt gar nicht. Was war denn die Mitte? Was war denn die Mitte? Wollt ihr mich verarschen? So kurz vorm Ziel. Ist das euer Ernst? Da hat man schon keine Lust mehr, eigentlich. Ich glaube es nicht, ich glaube es nicht. Puh, wir haben es geschafft. Dann würde ich jetzt aber auch mal sagen, dass wir hier noch mal einen kleinen Cut machen. Meine Nerven sind jetzt gerade irgendwie zum Zerreiben. Dass wir hier mal einen kleinen Cut machen und dass wir den Rest dann in der nächsten Folge sehen. Bis dann. Ciao. 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 Vielen Dank.